Mama, wo ist eigentlich der Opa? Der Opa ist jetzt bei Happy Life. Warum? Na, du weißt doch, Mama und Papa haben leider nicht mehr genug Zeit, sich um Opa zu kümmern. Dort wird er bestens umsorgt und am Wochenende können wir ihn besuchen. Oh ja! Wenn ich mal alt bin, werde ich auch zu Happy Life. Ja, mein Schatz. Mit Happy Life wieder richtig Freude am Leben. Jane, werden Sie denn nicht verstehen, dass man beim Golf nicht schwindeln darf? Jetzt muss ich mit zwei Strafschläge dazu rechnen. Ich reduziere die Strafe auf die Hälfte. Die Regel sagt... Also gut, zwei Schläge. Und wie kann ich den Schaden wieder gut machen? Manchmal denke ich ja, hat er in Regeln die Wiedergutmachungsthese gehört, oder? Mit der Betrachtung, dann braucht er die Betrachtung. Wie war das so schlimm? Was? Ist er ja nicht bei Ihnen zu überprüfen? Wollen Sie ja mal für euch fragen? Ich wollte bekommen, dass wir bringen, aber was ist dann? Dann stellt er sich der Polizei und Sie warten, bis er seine Strafe abgesetzt hat. Und von dem sich fallen lassen, ist der Schluss. Wie ist Ihr Collier? Wie ist Ihr Collier? Wie ist Ihr Collier? Dann ist er abgeschlissen. Ja, hat Sie ja gut noch von mir erwartet. Und wir gehen an die Unterkunft. Ist das Schluss? Wollen Sie mal gut essen, bevor ich morgen... Und wir gehen? Und wir gehen mit Ihnen? Und wir gehen. Und wir gehen mit Ihnen, bitte. Und wir gehen mit Ihnen. Wir haben ja auch noch die beiden. Setz dich zurück auf den Schuh. Wie bitte? Ihr wisst nicht, warum? Lass deine Finger davon! Du willst das nicht tun. Erde dich nicht dagegen. Ich habe deinen Schnupf wieder. Sie haben ihr Geschäft gemacht. Ganz so wahr. Sorry. Hör mir zu! Was du siehst. Ursula! Nichts! Du musst erinnern, 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 zulassen! Sie sagte mir, das ist ja die Revierer. Das ist alles nicht ausgeführt. Das war die Flanze. Sie sagte mir, das war aber м pandemia. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Entspannen Sie sich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020